So, liebe EU, liebe Bundesregierung, jetzt habt ihr den Bogen anscheinend wirklich überspannt. Weil der größte bäuerliche Verband, der DBV, ruft zu Protesten auf. Und zwar laut mehreren Medienberichten zufolge ist der Hauptgrund die Ernährungssouveränität und die dafür notwendigen Produktionsmittel. Beklagt werden steigende Auflagen, regulatorische Zwänge sowie Verbote von Pflanzenschutzmitteln ohne Alternativen und vor allem ohne Folgeabschätzung der Politik. Auch die Preispolitik des mächtigen Lebensmittel-Einzelhandels wollen die Bauern nicht mehr länger hinnehmen. Im selben Atemzug nennt der DBV die zunehmenden Importe von Produkten, die unter niedrigen Standards hergestellt werden. Also ich behaupte sogar teilweise gar keine Standards, weder im sozialen Umwelt- oder im Tierwohlbereich. Ziel müsste es sein, die heimische Agrarproduktion zu erhalten, die Ernährungssouveränität zu sichern und Importe von unerwünschten Lebensmitteln zu unterbinden. Laut des FNSEA, französischen Bauern, ach das war gar nicht der DBV. Scheiße, jetzt stehe ich ja blöd da. Könnte man aber meinen, das liest sich wie eine Pressemitteilung, die eigentlich bei uns längst überfällig ist. Vor allem, wenn man weiß, dass die Bauern in Frankreich ja bewusst auf die Straße gehen, aufgrund der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs Neonicodeide, also die Neonixe, jetzt komplett zu verbieten. Die bei uns in Deutschland schon seit vier Jahren verboten sind und wir deswegen ja viel mehr Insektizide ausbringen, als eigentlich nötig wären. So irre ist Politik ja schon im Sinne des Artenschutzes und Klimawandels und was nicht alles. Also es ist abenteuerlich, was hier läuft. Nein, aber die Bauern haben die Schnauze voll, genau wie in Holland auch und in Dettland wird die Milch weggekippt, weil die Preise ins Bodenlose fallen. Aber ihr merkt das als normaler Bürger draußen natürlich nicht, alles schweineteuer. Naja, aber bei uns, wir streiten uns ja lieber in den Verbänden und streiten uns untereinander, statt einfach mal auf die Straße zu gehen. Denn Herr Ruckwied hat ja letztes Jahr, ist ja Braun-Präsident in Deutschland vom DWV gesagt, da war ich eigentlich sehr frohen Mutes, als er von Glaspalästen und die hätten den Schuss nicht mehr gehört in Brüssel, dass ja alles auch stimmt und so. Ist ja irre und dem Bürger ist gar nicht klar und anscheinend unserer Politik auch nicht, was das alles heißt, was auf uns zukommt. Wenn wir im Zuge des Green Deals, der den Namen ja gar nicht verdient, oder der Farm-to-Frog-Strategie einfach mal pauschal auf 50 Prozent unserer Pflanzenschutzmittel verzichten müssen. Wahnsinn. Was hat denn das zur Folge? Wir sehen es ja jetzt schon. Wir importieren jetzt Zucker. 180.000 Tonnen Zucker aus Südamerika. Warum? Nicht aufgrund von Mercosur, also Handelsabkommen, die kommen ja erst noch alle. Nein, weil wir zu wenig haben. Irre. Also, und das ist erst der Anfang. Also wie gesagt, die Schwachsichtsauflagen und Umlagen und was nicht alles kommt ja erst noch. Und deswegen finde ich es eigentlich schade, dass unsere Vertretungen, plural, jetzt sich nicht zusammenraufen können und mal im Sinne der Landwirte sprechen, aber auch im Sinne des Bürgers. Wo sind die Verbraucherzentralen eigentlich? Wo sind die anderen Parteien, die halbwegs vernünftig sind? Gibt es die überhaupt noch? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Naja, aber es muss anscheinend erst alles zusammenkrachen, bis wir das alle checken und dann auch mal wirklich sagen, Leute, jetzt reicht's. Meine Hoffnung liegt, dass andere europäische Länder diesen ganzen Quatsch nicht mitmachen. Wir leben ja in einer EU, wo man Einstimmigkeit braucht und die wird es aufgrund dieser Tatsachen nicht geben, weil auch die französische Regierung sicherlich irgendwann auch mal hinter ihren Landwirten steht, weil davon so viel abhängt. Wir stellen die meisten Arbeitsplätze. Der ländliche Raum würde ausbluten. Unsere Versorgungssicherheit ist ja eh nicht mehr gegeben, aber das um Gottes Willen. Wir haben ja Überproduktion, wird uns vorgegaukelt. Märchen werden erzählt. In den Nachrichten abends, kurz vor acht, werden Märchen erzählt. Unsere Tiere furzen das Klima kaputt. Wir müssen nur noch vegan essen und so. Ja, und überall woanders ist es, wo es da angebaut wird. Wie ist es jetzt keine Sau? Und ja, naja gut. Doppelmoral, da sind wir Weltmeister drin. Aber wie gesagt, ich habe Hoffnung, andere Länder werden das nicht mitmachen. Und vielleicht kommt bei uns ja irgendwann ein Umdenken. Die Hoffnung steht zuletzt, Freunde.